Er ist rausgeflogen, deshalb war das was anderes. Er hat ja drinnen können, ne? Nee, der wurde rausgeschmissen, weil die Geisel nicht verraten hat und einen verraten hat. Und dann einen verraten hat, ja. Aber ich schwöre, die Geisel lag da anders als in den anderen Runden. Naja. Ja, ist doch so. Finde ich auch gut. Vermerkwürdig. Da fand der Typ wahrscheinlich nicht so gut. Fand er nicht so witzig. Egal, ne? Wie kann man denn Wolfram Skorpion heißen? Was heißt denn so? Tankstein Skorpion. Ich hab Wolfram verstanden. Ja, heißt es ja auch. Ich hab auch Wolfram. Okay. Oh, die wird dann solche Arme rum. Ich muss sagen, ich bin nicht einfach zu zweifeln. Ja, ich brauch Jäger, Long Range und so. Long Range. Ja, dann leg auch deine Teile. Ich leg mal einen Teile dahin, wo ich das will. Ja, Kassel brauchen wir auf jeden Fall. Kassel brauchen wir auf jeden Fall. Gleich hast du nur noch einen Teil, deshalb. Ja. Jo, nice to meet. Brauchst du auch Kassel? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, alles cool. Kassel brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir Kassel. Zack, Robben, 2, 1. Ich brauch einen Safecall, ne? Du bist durch. Ja. Was ist denn da, wenn du ein Kampf-Safe-Call? Du bist wie Raff, ey. Ihr hört nie zu. Und dann immer, ööö. Ihr seid so träge. Ich höre nur auf Safecalls. Nein, ihr seid so langsam im Denken. Ja, ihr kifft. Jetzt geht's hier aber los, ne? Ich mach Fight hier, ne? Gibt's hier eine Fight hier? Ja. Ich find mich so lustig. Ich geh dann eine Etage höher. Ich geh. Äh, Safecall, drei Leute sprayen. Ganz selbst sicher. Kommt jetzt durch die Haupttür rein? Ja. Eine Drohne hab ich auch geholt. Jetzt ist weg. Nur noch fünf Sekunden. Wir zerstörer da ein. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Ich muss da auch in den Raum, ne? Montage? Hallo. Hallo. Ja, der Switch-Drohne ist hier unterwegs. Wer ist nicht Montage gewesen? Oh, fuck. Die Minute. Ich glaub, die war von hier. Juice ist down. Die hat das am Fenster auf jeden Fall nicht bekommen. Die ist jetzt an der Haupttür. Die ist jetzt an der Haupttür. Natürlich, ich darf auch auf Karsten können aufsetzen, ne? Irgendwo bei dir ist die Twitch-Drohne passen. Oh ja. Guckst du zur Haupttür? Ich gucke zur Haupttür. Ich hab sie. Hab sie, hab sie, hab sie. Cool, jo. Das bin ich. Stefan wahrscheinlich. Ne, du standst gerade an der Treppe und da hab ich was gehört. Ne, ne, ne. Die kommen ja mit mir rein. Ja, sag ich ja. Ich hör das ja. Ja, Stefan. Das ist seine Map hier mittlerweile, ne? Ich wurde deckt jetzt mal von der Drohne. Montage haben wir noch und einen Unbekannten. Ich mach, muss Pussy. Wechsel. Wechsel, Pexel. Wechsel, Pexel. Haben wir Twitch schon geholt? Haben wir Twitch schon geholt? Nee, das ist Twitch. Ja, dann ist Twitch. Ja, dann ist Twitch. Ja. Ja, Twitch hat mich. Ich bin jetzt oben. Ich such mal. Boah, dann holt er mein C4 in der Luft. Montage ist in der Küche. Ich markiere. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, ich bin unterwegs. Der andere war noch in der Twitch-Throne jetzt. Beide Twitch-Thronen sind down. Vorsicht. Twitch läuft auch wieder rum. Haupt-Tür, Haupt-Tür, Haupt-Tür. Ja, Twitch hab ich grad angefragt. Von wo? Äh, Keller oder Übergang? Ja, der war das. Übergang. Übergang, okay. Der Typ hat, erinnert mir grad ne Nachricht geschickt. Wer? Termite? Der Luca the Beast. Ich weiß nicht, was der war. Der hat geschrieben Sweet? Fragezeichen? Ja, da war's Fragezeichen. Das ist ein Termite gewesen, ja. Äh, vor der Haupt-Tür. Ja, vor der Haupt-Tür. Ja, vor der Haupt-Tür. Nicht zu weit gehen, Erik, sonst läufst du meinen, okay. Ah, ja. Okay, okay, okay. Okay, geh du weit, dann zieh ich mich zurück. Ist auch, ist okay. Luca the Beast. Ist die noch hin, ist die noch hin der Treppe? Der Watt-Tür, Mann. Die Richtung Übergang. Die ist im Nebenraum. Nice, Tommy. Boah, ich hab echt keiner getroffen. Gut, lieber. Ist das? Ja, stark. Erstmal, erst mal in Erik, in den Knie geschossen, ne? Das ist ne richtige Bereicherung. Das ist ne richtige Bereicherung. Wofür steht denn FFS? Hä? Was? Wofür steht FFS? Fist the P... Fuck for... Fuck for... Fuck for... Fuck for spray, oder was? Ja, kommt rein. Hast du gesprayt? Hast du gesprayt? War aber drinne. Ja, hab ich auch. Ja, mit der Fuse hab ich gesprayt. Ähm, wenn ihr Segelboote spawnt, nicht links die Treppe hochgehen, da hab ich ne ganz üble Sprayposition, die könnten die natürlich auch... Äh, Schwimm-Doc, spawnt bitte nicht... äh, gar nicht spawnt am besten. Ja, alles easy, hab Zufall gewählt. Äh, du... Läuft bei dir mit Zufall, ne? Ja. Mr. Zufall. Äh, da wo wir waren, ist Clean-A-Lick, aber ich hab hier was gehört, glaub ich, im Tower. Bootsvorräte clean. Äh, das Küstenwache-Büro ist clean. Dann sind die auf der Tower. Jo, Tower. Jäger hab ich gesehen, ich zieh mich zurück in den Übergang. Bin ich mit da, aber offen nicht. Ach so, okay. Oh, ist das ungewohnt, wenn ich beide aufgereihe hier. Oh, zwei offensiv. Äh, Vakery, hab ich noch gesehen. Hab ich noch gesehen. Und ein Engländer, das kommt natürlich auch. Ja, Vakery macht noch die Außentür. Ja, Smoke. Äh, Vakery macht noch die Außentür, um eine Cam zu schmeißen. Diese eine, eben dieser Außentür. Ja, naja. Hast du sie? So. Ja, eine, die hinter uns fehlt noch. Ich hab sie. Ich hab sie, ich hab sie. Ist so gefährlich, wenn man da direkt durchläuft, ohne auf die Cam zu achten, ne? Jaja. Uiuiuiui. Okay, wir müssen mal vielleicht gucken, ob die Außentür suchen. Kannst du mal gucken, ob die Tür noch offen ist, oben? Äh, falls sie meine Drohne nicht gesnackt hat, ja. Aber die hat meine Drohne nicht gesnackt, nice. Äh, Drohne, die Tür ist zu, äh, und die Cam sehe ich, die ist an den Betonklassen. Ah, die ist oben, okay. Die holen, hier, siehst du die, meine Drohne, hier an der Kante von dem Betonklassen. Äh, Vakui ist im Tower. Die, die guckt da aus dem Fenster aufpassen. Live markiert. Die, ich krieg die nicht, die Cam. Ich kann die holen, ich kann die holen. Okay, ich hol sie gleich, ich hol die gleich schön schufen mir. Okay. Hab sie. Äh, Vakui ist immer noch im Tower, da, live markiert. Die ist, da ist grad irgendwas weggelaufen. Ja, jetzt ist sie weggelaufen. Sie ist jetzt, äh, im Flur, die kann rauskommen. Ja, ne, das sehe ich, das sehe ich, das sehe ich. Live markiert, live markiert, live markiert. Ja, soweit sehe ich es nicht. Achso, okay. Sie ist, wenn die rauskommen will. Sie ist, wenn die rauskommen will. Ich hab' einen Kill. Boah, in der zweiten Runde hab' ich einen Kill. Bleib bei mir. Genau, droh nochmal. Alter. Ist doch was im Tower. Ja, ne, ne, ein weiterer. Oh, hinten, hinten, oben raus ist einer. Jäger. Jäger, Jäger. Links, Erik, links, links ist der rausgegangen. Da. Fuck. Nee, da war er nicht, oder? Da hab' ich mich zu sicher gefühlt, also, dann später. Ja, schieß, schieß. Jaja, ich bin auf Einzelschüsse, ne. Scheiße. Oh, bin ich auf einmal auf Einzelschüsse? Nee. Dann schießt er durch die Wand. Scheiß Puls, ey. Ach, der hat den sogar getroffen, ne. Unten Fenster. Unten Fenster. Ah, das ist nice. Ist down, ne? Ja, schön. Also, Mute war drin, hat noch Millimeter. Der kommt raus, der kommt raus unter dir. Der ist wieder rein. Treppe, Treppe ist auch vor. Der ist wieder raus, der ist wieder raus. Der ist durch die Tür, immer noch draußen. Unter dir, direkt unter dir. Unter dir. Stefan. Zehn Sekunden übrig. Ja, komm ich noch, die Chimnitzer. Fünf Sekunden. Ja, Raphs. Die ist bei dir. Scheiß drauf. Ach, schade. Ach. Schade, schade. Schade, schade. Oh, wäre ich da mal nicht auf Einzelschüsse gewesen, ne. Scheiß. Ach man, das war blöd mit Jäger, dass der dann da auf einmal rüberkam. Gut. Aber ich weiß nicht warum meine Waffe auf einmal auf Einzelschüsse. Äh, bist du einmal panisch mit deinem Wurstfinger auf Steuern? Der einzige, wie ich es mir auch erklärt, der scheiß Wurstfinger, ne. Kannst du den Safecall oder? Ähm, hier unten keinen absoluten. Safecall. Absoluten. Nö. Brauch nicht verkehrt, wenn man ihn hat. Okay, auch nicht verkehrt, wenn man ihn hat. Ja, dann nehm ich ihn nicht. Ja, dann nehm ich ihn nicht. Ähm, mach mal hier zwei Falltieren zu. Ne, ne. Ja, mach ruhig. Ne, ich glaube einer reicht. Ja. 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 Pass ich ruhig Safecall in den Raum oder kann ich auch im Badezimmer stehen? Was meinst du? Ja, du musst Safecall am besten neben der Geisel hocken und ihm eine schöne Geschichte erzählen. Okay. Okay. Soll ich da noch irgendwie die Rosette penetrieren? Die Rosette penetrieren? Ja. Okay. Ein bisschen mit Geld oder so. Geld oder so. Okay. Alles klar. Warum hört der einfach auf? Hatt ich X gedrückt und der hört auf. An der Weste? Ja, meine, 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 meine. Neue Kameraübertragung läuft. 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 Irgendwas wurde aufgeascht. Mach hier zu, Stefanie. Ist noch irgendwo ne Drohne im Raum. Ich hab ein bisschen mit, aber... Tür wurde aufgeascht. Flur aus. Ja. Schlag rüber. Oder soll ich wegnehmen? Nee, nee, ist cool, alles cool, alles cool. Hast du mehr Platz? Nee, ist verkehrt. Hast du mehr Platz? Rückzug. Die sind schon hier unten bei uns, Passi, im Badezimmerbereich. Ja, ja. So, Termite kommt hier nicht rein. Nice. Das geht auch für dich, Stefanie, die sind schon im Flur draußen. Ja, bei mir hier hinten ist auch offen, aber bei mir ist sonst noch alles zu. Okay. Und wie gesagt, Termite kommt nicht mehr rein. Da hat jemand die Drohne gestartet. Da hat jemand die Drohne gestartet. Ah, Tom. Ja, Termite kam rein. Ah, die sitzt drinnen. Also hier, ich hab die, ich hab die, ich hab die Tür. Viva, guck dir die, guck. Ah, die Doppeltür hast du, Tommy. Okay, okay. Aber, ne, nicht schon hinten, ne. Aber, ja. Seh ich nicht. Seh keine Schütter. Sobald was hinter mir aufgeht, muss ich mich zurückziehen. Ja, ich sag dir Bescheid. Auf Fuse? Ah, Fuse. Ich hab einen draußen noch geholt. Ja, ich wollt von Fuse gut. Alter, Fuse. Fuck you. Ja, ich hab Fuse, man. Ja, die Tür ist nicht offen. Ja. Ja. Es wird knapp. Wir haben ihre Fuse. Ja, fache Fack. Jetzt hättest du's mal wieder, der Typ da eben auf Favela gemacht, ne. Einfach reinlaufen, alle töten. Hm. Boah, 4-1. Boah, und dann hat der bei euch auch durch meine Leiche geguckt? Hm. Ne? In der Killcam nicht? Okay, dann war das nur bei mir so. Der lag in der Leiche drin. Aber... Ja, bei mir hat der halt auch im Aim in meine Leiche reingeguckt und der ist passiv perfekt gefolgt im, äh, im Aim. Der hat halt in meine Leiche reingeguckt. Der wurde auch rausge... Der wurde reportet. Der ist rausgeflogen. Okay, gut. Gut, 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 gut. Das ist der Typ, der mich... Der Typ, der mir geschrieben hatte. Ja, schreib dir mal zurück. Ha, bist traurig. Ne, ich mach mich nicht. Ich mach mich nicht drüber lustig, weil das ist dann Karma, dann fliegt's aber raus. Ja, hast recht. Bayern führt auch in London jetzt 4-1. Ja, Glückwunsch. Ja, und, äh, Team Blau führt hier mit 3-2, ne? Na, erstmal, kümmer dich lieber mal hier um Team Orange. Team Lachsfarben. Team Lachsfarben. Äh, auch unten. Auch unten, unten, unten. Bootsvorräte. Safecall, Safecall, Safecall. Stellt jemand, äh, die Drohne in den Übergang? In den Übergang? Bin leider schon unten. Äh, Stefan oder Tommi. Tommi bleibt mal da stehen im Übergang. Ein Call-Up, die man drüber läuft. Ein Rekruten. Ah, es bleibt hier stehen. Ein Rekruten, das heißt, die haben eine Wand weniger. Ah, der, äh, Puls rennt hoch, geht durch den Übergang. Okay, Puls ist drüben. Kannst du gucken, ob der hoch runter läuft oder Erdgeschoss? Ah, fuck, hat die, hat die Drohne. Ja, Stefans Drohne ist ja noch da. Stell meine Drohne mal hier unten. Ja, Garage ist der. Garage, Garage, Safecall, absoluter Safecall. Da hab ich auch gerade gemacht. Lass uns hier hinten reingehen. Eine andere Garage hier. Und einer vorne, einer hinten. Jo, ich geh nochmal in die Drohne. Einer liegt. Ich guck mal, ob der wieder da hingegangen, ob der da noch ist. Der hat's wieder zugemacht. Aber das hat der eben, glaub ich, schon gemacht, bevor ich die Drohne weggelegt hab. Äh, Erik, der ist hier bei der Haupttür. Also bei der Tür. Jäger ist oben, äh, Küstenwachenbüro ist Jäger. Der geht jetzt weg. Der kommt jetzt wieder hier rein. Hast du ihn? Nice, nice, nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Alles cool, alles cool. Ist gut gegangen. Ja. Das müsste... War der einzige, der eben offensiv war. Also den wir rüberlaufen haben. Jäger ist auch offensiv. Jäger ist im Küstenwachenbüro. Jäger ist... Ah ja, ich... Vorsicht. Nooo! Der Fetscher! Daaa, der hat aufgeschlagen. Ach, fuck. Der hat's über euch. Aufpassen. Tee, Mache. Na, da wollt ich's auf den Nice. Ach, mach. Na, der ist ganz oben ausbrennt. Na, na. Der ist, äh, Doppelfenster. Aaaaah, fuck. Hab ihn. Ich hab schon abgeschossen, ne? Wurde du aus dem Raum geholt von mir? Ja. Na, ganz hinten, äh, typische Ecke, Lukas. Okay. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass beide unten sind. Wir haben nicht viel Zeit normales zu tun. Bei den Spinden, beim Bart, weißt du? Ja. Äh, jetzt beim Bart. Nice. Wir könnten in den Raum gehen. Vorsicht. Setzt beim Bart. Kommt. Ist der drin? Der kann nur Hauptwil kommen, ne? Ah ja, stimmt. Sehr schön. Schöne Angriffsrunde. Auch wenn die Einmalen weniger waren. Haben wir aber gut gespielt. Ja. Pult sehr schnell ausgeschaltet. Hier, gute Codes gewählt. Gut, der hat sich einmal voll aufmerksam gemacht. Ähm, hat er rausgegangen. Es wusste, dass er ganz oben war. Aber auch einen schönen Heller gegeben, dem Hurensohn. So. Schön. Und am Ende gut ausgespielt. Gute Codes. Gute Codes. Gute Codes. Ja. Ja. Vielleicht diesmal doch Castle, genau. Mal die Außentür da, bitte. Wo ich erst durchgesprayt hab. Wunden. Ich hab nur O-School-Aiming. Ohne, äh, Aufsatz und so. Gute Codes. Gute Codes. Gute Codes. Gute Codes. Gute Codes. Haben die eigentlich eh meine Camps gefunden, die ich im Flur gelegt habe? Weiß das jemand, der tot war? Gute Codes. Hallo? Weiß noch nicht? Okay, ich probier's einfach. Probier's einfach, indem ich die nochmal gleich stelle. keine lust mehr keine zeit keine lust und keine zeit mit neue spots auszudenken aber eine drohne das gerät ist vor und gerade ist aufgelistet ja so die tür hast du gemacht super alles klar naja kamera übertragung aktiviert durch hier zu machen oder da zu machen mach ruhig zu hier die die doppel bei ihm sind so durch den flur gekommen ja in welches ecke wollen wir dann ja ich mach den franz ja die kommen wieder gleiche tür hier innen rein türmite ist das türmite der ist jetzt gleich der ist im badezimmer ich habe jetzt keine wände gesetzt ich dann habe kein geholt der ist im badezimmer die wände scheiße ja meine position wort entdeckt erik der tomi der macht bei dir auf aber wenn er verstärkt gemütet ist dann ist das gesnackt ja doch ob ich jack hier nicht kriege ja er nimmt seine ladung ab habe ich auch markiert einer ist oben passiert er macht ein fenster auf und die da sind zwei stück da ist auch fused und da sind drei stück drei stück sind oben okay haben sie doch probiert meine position zu beformst hier gefangen 받아 Oh, raus, 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 scheiße. Okay, es war hier gefatschert. Die kommen jetzt ran bei dir, Viva. Nein. Nun wartet der am Loch. Ach, scheiße, das war schlecht. Oh, der hat noch so wenig. Kommst jetzt rein, kommst jetzt rein. Rechtsseite, Rechtsseite. Ah, fuck, da ist ja auch offen, scheiße. Ja, genau da, ja. Jetzt abgelenkt. Nee, auch durch die Zeitposition abgelenkt. Kommt nicht, kommt nicht. Durch die Necke, im Moment ist ruhig. Renn rein, renn rein. Ah, shit. Einzel-Tür. Einzel-Tür. Viva. Weitere Seite, weitere Seite, weitere Seite. Und dann, noch ein, noch ein, noch ein. Ach, auch war mir macht's wert. Ach, ach, ach. Ich wollte zuerst den Typen da links holen, aber der war dann noch recht. Ja, aber keine Chance da, ne. Keine Chance da, ne. Keine Chance. Boah, im Klettern, ne. Ja, gut, wenn der mich nicht gut hätte, hätte er nicht gehört. Scheiße, ich hab da zwei ja noch im Bad geholt, aber ich hätte ich mal... Kacke, ey, einen dritten. Scheiße. Scheiße. Ja, Bootsverröte klappt nicht gut gegen die. Shit. Äh, Passi? Ah ne, wir sind Angreifer. Scheiße. Ja, aber nächstes Mal bitte den Spicy Wolfram da töten. Ähm. Nice, man. Danke. Danke, man. Ja. Ja. Geh ich einfach mal von aus. Sind auch krasse Typen, oder nicht? Haben die Keller gewonnen gehabt? Ja, ne. Nein, 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 nein. Die können wieder hier sein. Dann sind sie da unten. Keller. Mir war diesmal. Jäger haben sie auch noch. Äh, Franzosen. Rook. Na, Jäger ist der letzte. Na, Jäger ist der letzte. Ja. Ja. Ich denk mal Safecall, dass die in Fenstern die Außengarage machen, ne? Mhm. Ich hab von aus. Wie ist es ein Torrit? 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ne, die machen ein Fenster zur Tür. Zu der Einzeltür. Die kleine Seitentreppe. Andere Fenster hab ich nicht entdeckt. Aus deiner Position. Bisher keinen rüberlaufen sehen. Cam. Nachladen. Doch, das Fenster ist in der Garage. Also an der Außenwand. Boah, hat grad noch gemacht. Ja. Ich hab bisher keinen rüberlaufen sehen. Ich geh jetzt aber raus aus der Cam. Ich geh jetzt aber raus aus der Cam. Ja, was machen wir jetzt da mit dem Fenster? Probieren wir trotzdem. Willst du mal antäuschen und dann weglaufen, falls die aufmachen? Ja. Das war jetzt so so mein Plan. Ja, ich versuch's nur um die Passiv. Ja, der steht direkt am Fenster. Steht ihr noch? Ja, hat der aufgemacht. Mir ist aber offen, dass die Explosion, ja. Hab ich auch aufgemacht. Scheiß, das klappt ja gar nicht so gut wie ich es wollte. Ach, wie ich den nicht treffe, oder was ist denn da los, ey? Ach, da hat er noch ein Loch in der Wand. Rook. Mhm. Ach, dann frag ich den zweiten nur an. Smoke. Der ist im Raum, wo Tommy vorhin gechillt hat. Pass auf, äh, Rieber. Da hängt kein Loch in der Wand. Ich steh' nicht. 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 Ich steh' nicht rum. Dann förspring zurück. Dann förspring zurück. Oh, 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 oh. Könnte einer, glaub ich, jetzt hochkommen. Kann ich noch hochkommen? Oh, ne. Da ist Tommy. OK. Ah, da ist... Da, da können... Da, da kommt wirklich einer hoch. Kommt schnell hoch. Er ist wieder zurück. Ja, wir müssen jetzt noch. Mit den Camps kann ich euch leider auch gerade nicht helfen. Sorry. Ja, aber hat der doch da rechts... Der ist außerhalb, der ist außerhalb. Der ist im Flur gewesen. Ja. Tommy, geht schnell durch die Pfeil... Tommy, Treppe runter. Nice, 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 Hosi, nice, 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 nice. Klappt doch mit Passi hier. Sehr schön. Okay, zweimal angreifen. Meinst du, die sind nochmal Boots-Voräte? Nee, ich glaube, die gehen wieder oben hin. Das hat gefunktioniert bei denen. Das war Teil des Plans. Guck mal, Passi ist hier gerade ganz ruhig, ne? Der genießt. Und ist das stumm? Fast nicht. Der holt sich einen runter. Der holt sich gerade mit dem Joghurtbecher einen runter. Nein, der ist doch Stefan. Hat der eine Typ sich nicht mehr in die Garage getraut, ne? Habt ihr gemerkt? Ja, ganz oben. Ja, war safe call. Frostfallen im Flur. Eine. Mira haben die auch wieder. Schießt, was geht ins Artikel? Oh, okay. Noch nicht. Hm, Erik, ich hätte vielleicht einen Claymore-Platz für dich. Ja? Dann hätte ich vielleicht eine Claymore für dich. Ich glaube, die haben einen KW immer noch. Frost ist an der Einzeltür, an der Holztür. Die, wo du vorhin geholt wurdest, die? Die Claymore? Ja, genau. Und zwar sind wir uns erlegen, dass wenn er um die Ecke läuft, also falls er durch die Tür rausgeht, um die Ecke läuft, dass er dann in die Claymore läuft. Genau? Also, wenn Fenster und Tür. Genau. Fenster und Tür gleichzeitig sechs. Wenn das irgendwie geht, falls das von der Entfernung nicht geht. Also, falls es von der Entfernung geht. Say, äh, say no more, man. Say no more. Ich kenne die Facebook-Bilder mit Barber, also Friseur. Ja, 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 ja. Das war der... Ist das schon was? Ich habe da gerade übel gesprayt. Ja, ne, aber von... Von innen? Ja, an der anderen Seite. Ja. Ja, die Distanz ist... Ja, hier ist ein Mirak-Fenster wieder. Haben die, glaube ich, gerade aufgemacht. Alter, als ob. Was? Ne, haben sie nicht aufgemacht. Oh, Jäger, Long Range. Hintere Fenster da oben drinne. Ähm, ich darf probieren, aufzukriegen. Alter, da machst du nichts. Dann freaks du den am Kopf an, das Stück. Nice. Na, geil. Prost. Ja, der Wuh und Wuh. Perfekt. Genauso wollte ich die Claymore. Äh, Drohne reinwerfen oder so? Jo, mach ich. First to an dem Flur. In Smoke oder so war drin. Smoke or the Mute. Im Raum oder hier? Ist das zu weit im Mirak-Fenster? Ne, eigentlich ist Tower clean gewesen. Gerade eben. Da, da, im Nebenraum. Bei den Servern. Im Nebenraum. Im Nebenraum, ist das? Ja. An diesem kleinen Zwischengang war der gerade. Der Ehem. Äh, unter eine, unter eine Minute. Gut, ähm. Keiner kann meine Drohne da übernehmen, bitte. Ach, Ficker, ey. Falls du durchkommst, Erik, mach hier hinten auf. Mach hier hinten auf. Oh, fuck. Er kommt, er kommt, er ist jetzt nach rechts gegangen. Er ist nach rechts gegangen. Er ist nach rechts gegangen, er ist rechts. Er ist rechts im kleinen Raum. Also vom aufgesprengten rechts. Scheiße, ja, da komme ich gerade erstmal nicht durch. Also da ist der. Äh, 15. Ja, 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 genau. Ah, scheiße, da war er. Oh, uh. Einer noch, acht Sekunden. Ein Gegner verbleibt. Nee. Ach, scheiße. Ah, hätt ich die mal geholt. Oh, wenn ich ne Sekunde früher da gewesen, dann hätt ich die erwischt, als die Knöppchen gedrückt hat. Nix, Knöppchen, drückte Knöppchen. Ah, schade. Mist, dass das, äh, Smoke war, dass das so lange gedauert hat, bis wir uns jetzt snacken konnten. Wo gehen wir hin? Ähm, Dings, ähm, da, wo wir gewonnen haben, Kartenbüro. Ja. Brauch mal Safe Call, äh, Castle, Tommy. Jupp. Brauch mal Safe Call. Sind wir dabei. Ah, sieh, ist Jäger? Mhm. So passt jetzt den Spicy Table Black. Wolfram töten, ne? Macht der, ja, aber jetzt macht, äh, Kapkan. Ah, wie schön wir Jäger getötet haben, ey. Sowas freut mich immer. Was mich noch freuen, mehr freuen würde, wäre, wenn wir gewinnen würden. Machen wir doch sowieso. Hauzi bitte ein Ace a la Hauzi. Wände? Das braucht noch, hier, ne? Ja. Ich hab noch, zwei Wände auch, ne? So, ich mach noch eine hier. So richtig zerstöre mich. Eine Safe hier. Ich kann zumachen, Stefan. Okay. Habt ihr wieder, äh, habt ihr irgendwas von der Twitch-Drunde gehört? Ich hab mir aber einen Störsende mal auf, äh, obwohl, ne, ihr Mannschaft auch immer, ne. Ja, Fios haben sie auf jeden Fall, der geht, ähm, hinten aufs Dach, gegenüber. Der gegenüberliegendein Seite von uns. Wenn man die Fenster reinfüßen will, dann... Äh, Termite, und, äh, Passi, bei dir kommt jetzt einer rein, der guckt auch. Der guckt da genauso wie du. Der liegt auf der Treppe. Und einer geht jetzt, äh, in die Küche rein. Termite ist das. Die Fettsche, ja, die Fettsche ist verkackt. Die ist jetzt drin. Die gehen jetzt gleich in die Küche rein. Der andere liegt immer noch auf der Treppe, Passi. Zwei Stück sind da auf der Treppe, außen. Schön, nice. Okay, der ist von der Treppe weggegangen. Der geht jetzt selbst ans Fenster. Ja, jetzt geht er wieder zur Treppe. Äh, einer geht hinten rum. Sind die schon drin in der Küche? Einer geht jetzt Garage rein. Die Küche ist clean, Passi hat den geholt. Garage? Ja, könnte Garage sein. Aber nicht. Mist, ich hab ja... ...in C4 dabei. Ist kein Safe Call, Passi, ne? Ist nur Richtung Garage gegangen. Ja, ich muss wieder aufpassen. Äh, einer ist wieder Treppe passiert. Ich glaub, das ist der sogar, den ich eben gesehen hab. Der liegt wieder auf der Treppe hinten. Naja, lass ihn da mal. Jetzt macht er die Tür auf. Lass ihn da mal verschimmeln. Wollt aber nur pullen. Der wollte nur pullen. Jetzt macht er komplett auf und pullt immer noch. Der legt ne Claimer nach... Ne, macht er nicht. Jetzt... Unten Garage ist aber auch einer drin, Safe Call. Fused ist das. Der geht jetzt auch Treppe hoch. Der legt oben ne Claimer, Passi. Nicht um die Ecke gehen zur Treppe. Dann, dann, dann bist du weg. Kommt jetzt ganz oben rein, Stefan. Der fused grad jetzt da, wo die... ...nicht haben. Ne, da geht er rein. Der ist jetzt drin, oben. Ganz oben ist der drin. Hier bin ich, hat sie noch. Ist auch müde weg. Geh raus, geh raus, so kämen. Drei. Nice, 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 nice. Oh, der ist hier oben, äh, äh, oah. Der ist, äh, Richtung Übergang. Oh, Übergang? Ja, Richtung Übergang. Stefan, die ist da auch da ja noch. Okay, ich darf nicht hier noch. Nice, sehr, sehr gute Runde schon. Das dürfen wir jetzt nicht aus der Hand geben hier. Nice. Ah, nice. Sau, ganz, ganz starke Runde. Ja, Ost und West harmonieren wieder hier. Das läuft wieder einfach. War ne Woche. Wow, sauber. Schönen Jungs. Gut offensiv verteidigt. Offensiv verteidigt. Joa. Mit so einem geilen Flügelmann wie Passi kann ja auch nichts schief gehen. Aber runter, die haben wir gerade gewonnen. Das heißt, die gehen irgendwo oben. That's right. Ja, die können auch Bootsvorräte gehen. Ne, war ne, war ne gerade, oder? Na, war nicht bei der Verlängerung, ne. Zweimal geklatscht, also. Achso, ah, die können unten noch, stimmt. Hm. Oh, also ich muss auch sagen, ey, so. Lukas, deine Kamera-Action-Rolls, die war eine erste Sahne. Mensch, ey. Dankeschön. Boah, Kamera-Action war aber auch letzte Runde, richtig geil, ne. Ja, also ich finde, Kamera-Action war, aber Bootsvorräte. Ja, Bootsvorräte. Ja, Kamera-Action hat uns doch wirklich ne Arsch gerettet, also. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich meine, das kannst du ja auch im Highlight so ein bisschen erwähnen, wie du gecalled hast, und dann... Ne, das habe ich nicht nötig. So auf Selbstbeneißung bin ich jetzt auch nicht raus. Ira ist oben, die macht die Fächer zu. Ich habe meine Drohne in der Garage, Jungs, ne. Ich habe Übergang. Aber wenn noch keiner rüber ist, dann kommen wir wieder von Darth Tracing. Ist keiner rüber bisher. Ross ist auch oben. Der Jäger ist zur Doppeltür gegangen. Ross ist bei dem Metall. Mira macht, äh, doch sonst war jetzt noch. Ist der Jäger rübergegangen, oder was? Ne, ne, der gerade markiert worden ist. Der ist immer noch, äh... Das war Frost. ...auf eurer Seite. Der Jäger. Oben allerdings. Sind jetzt beide Richtung Treppe gegangen. Ich gehe jetzt raus aus den Camps. Ich habe sogar eine Nachricht bekommen. Mach mal wieder auf, Erik. Ja, ja, hier ist Strom. Selbes Spiel wie eben. Ja. Aber erst mal wieder antäuschen, ne? Ja, klar, klar. Haben sie aufgemacht? Hier geht es im Nebenraum. Unten oder oben? Jetzt, 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 jetzt. Hast du es selbst, du da? Also, laut. Ich habe jetzt keinen gesehen hier in der Drohne. Dann komme ich nämlich und fuse da. Ja, komm rum, schnell. Ich wurde entdeckt. Ah. Normale Kamera. Hab ich. C4. Ich weiß ja nicht genau, wo du reingehen möchtest, ne? Ja, das findest du auch so offensichtlich. Wir haben den Lackstab bekommen. Ja, mach Druck, weil ich, Stefan, ich brauche noch mit seinem... Ich komme, ich komme. Ich laufe mal rum, Viva, und ich mache den Nebenraum auf. Ich gehe über Außen-Kellertrepp auf. Einer ist bei der Tür, Erik. Einer ist bei der Tür, Erik. Ich habe den angefreckt. Äh, welch? Ich bin nicht mehr bei dir. Ich habe dir gesagt, ich laufe rum. Ach so, okay, okay, okay. Ich mache, ich gehe über Außen-Kellertrepp und dann versuche ich, da bei Badezimmer was aufzuhalten. Ich mache Pfeiltür auf jetzt. Oh, da ist was. Okay, scheiße. Badezimmer ist, äh, jäscher. Fuck. Ist doch neben dem Raum, ne? Oh, Frostfalle. Fuck. Wie liegt denn da? Oh, bei mir passiert. Ja, Frostfalle habe ich mir gefällt. Oh, nein. Der kommt runter, der hat mich nicht gekillt. Der kommt runter. Einer ist oben. Aber Frost ist oben. Frost ist oben. Nein, die fällt jetzt aber auch nicht an. Aber fällt jetzt auch nicht an. Der Jäger war vorhin im Nebenraum. Links, 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 links. Ja, fuck, ja, ja. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Ich habe gerade nachgeladen, ey. Scheiße. 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 Wär ich mal in die Ecke rübergelaufen. Scheiße. Scheiße. Vielleicht auch nochmal GG geschrieben. Das war wirklich englisch. Hat Spaß gemacht. Äh, nochmal weg. Nochmal weg? Ich bin dann auch weg. Ja, nochmal ein bisschen länger weg. Jo, Hosi. Viel Glück morgen, ne? Hadi, ne? Alles Kürz. Oh, steig auch wieder sofort wieder auf, ne? Tschüss, Passi. Oh, die schreien die mir denn jetzt alle nachfüchten. Na gut gehen.